Hallo ihr Lieben, ich bin Ines und ich bin Moderedakteurin beim OK-Magazin. Heute habe ich mich endlich mal wieder aus dem Homeoffice getraut für eine kleine Shopping-Tour. Und meine erste Anlaufstelle ist der Commer Store in der Hamburger Poststraße. Da Shoppen alleine nicht ganz so lustig ist, habe ich mir die Sue dazu geholt. Ja, ich bin Sue, ich bin 32, Bloggerin und Stressmanagement-Trainerin aus Hamburg. Und ich trage seit Jahren Commer, deswegen passt es hier super, dass wir uns hier treffen. Und jetzt Maske auf. Und jetzt guck mal, die Jacke, die ist ja richtig cool, ich liebe die Farbe. Kann man auch zu einem Hoodie tragen, oder? Cool, der ist richtig gut. Passt mega. Oh Sue, guck mal, das ist doch super cool. Guck mal, das würde dir mega gut stehen. Bisschen Welcome Sporty-Style, ich finde es super, probiere doch mal an. Ja, mache ich, aber dafür suche ich auch dir einen Look aus. Ja, Challenge accepted. Also, ich würde sagen, so ein roter Blazer, dann passen wir gut zusammen. Sehr gut. Dann machen wir hier die weiße Blüse drunter. Und, weil ich dir ja einen Look aussuche, muss natürlich auch noch ein Jeans dazu. Guck mal, das passt doch schon viel besser. Ja, die ist richtig cool. Und dann noch perfekt. Guck mal, und das ist auch wieder meine schöne Knallfrage mit etwas Lockerem. Ja, das steht ja nie. Ich würde sagen, der Sommerlook steht. Und dann brauche ich nochmal ein Hoodie, oder? Es muss unbedingt ein Hoodie sein, oder nie? Kein Shirt? Es muss ein Hoodie sein, ich bin so in Hoodie-Love. Tada, am Kinder. Ja, es wurde mir den perfekten Look fürs Homeoffice rausgesucht. Jeans in Kombination mit einem Blazer ist super cool. Gerade, wenn man Videokonferenzen hat, passt es perfekt. Oben schick und ein bisschen casual, genau mein Style. Ich liebe einfach Knallfarben, deswegen ist die Kombi aus knalligem Oberteil und Dschungelhose perfekt. Gerade auch bei der Hose, dass sie so weit ist, ist super für den Sommer. Ich finde das rote Kleid gerade für den Sommer super schön. Obwohl ich auf Jeans trage, mag ich es dann doch mal so ein bisschen femininer. Und deswegen freue ich mich schon richtig drauf, es zu tragen. Also ich könnte gerade, nicht nur im Homeoffice, jeden einzelnen Tag ein Hoodie anziehen. Und in der Knallfarbe, da passt natürlich super zum Frühling. Hier einmal eure schön gekauften Sachen. Ja, viel Spaß damit. Ja, hat super viel Spaß gemacht mit euch. Und ich sag mal, bis bald. Ja, unbedingt. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, meinst du, das war doch mega, oder? Wollen wir da super entspannt shoppen gehen. Irgendwie gerade hier Afterwork-mäßig. Fand ich super cool. Wenn ihr auch Lust bekommen habt, dann checkt doch jetzt mal die Online-Shops oder direkt in den Stores. Ihr bekommt sogar noch 20% Verback ab zwei Teilen. Checkt das einfach aus und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.